hallöchen leute herzlich willkommen zurück zu dada spasa wir haben letztes mal hier das raumschiff landen lassen mal schauen was jetzt passiert es ist ziemlich laut hier ich wechsle natürlich wieder zu meiner waffe volle munition hat die noch sehr schön steigt jemand aus bestimmt ist sie ausgestiegen wir können ja zurücklassen da ist nichts es ist nee ich weiß nicht wie lang dieses spiel noch dauert ich hoffe nicht mehr allzu lange so also wirklich nicht mehr zu allzu lange so 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 hier ist es ihr seid mal tot bitte 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 sterben wir kommen aber noch ganz schön viel geld der mark wieso wollen wir eigentlich nicht dass ich den markt runter bringen warum brennt da irgendwas hallo hallo was ist hier hallo oh cutscene ok dann hallo du bist mir gefolgt doch die frau die hinter uns steht ok kapitel 11 ist abgeschlossen sehr schön ist es jetzt ende egal speichern 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 und kapitel 12 tot im all doch ein kapitel jene zur kolonie das wird interessant und ich hoffe nicht allzu schwer weil kolonie das sind da kommen ja die monster her und darauf habe ich gar keinen bock man hallo so hä ah da rechts waren wir ich weiße hol den marke mit einer der frachtplattformen aus dem shuttle ok wohin gehst du egal das ist denke ich mal etwas was ich brauche hier wir einfach hier alles verlassen ich will mal sehen wie es hier überhaupt aussieht boah oh oh alter das ist ja mal ein großes teil hm das wird schweißer jetzt bei mir ich hab da keine munition mehr ok komm halt näher ich habe einfach für dafür keine munition mehr was geht da ab so und aktivieren und vielleicht gibt es doch mal irgendwann munition hä wie so kommt das von unten so lol ok ja das ist der marke und wir bringen ihn zurück so 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 komm wir gehen das hier lieber marke schneller 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 hallo wieso ist es da eigentlich kaputt das macht mir keinen sicheren Eindruck irgendwas muss ja noch schief gehen wir sind aber zu kurz vorm ende so das flacke dazu sehr oh ich brauche noch energie woher kriege ich jetzt energie ich nehme euch mal energie für die laser ganone von der habe ich natürlich noch nicht genug auf keinen fall dort ist verschlossen dort ist verschlossen da ist offen das sieht toll aus Isaac der marke muss zur sockelkammer zurückgebracht werden benutze den verlader um ihn her zu bringen und wieder auf den sockel zu setzen bring zurück was genommen wurde und mach uns wieder ganz wie wieso eigentlich immer ganz machen ich bin keine ganzen hehehehehe ah der war schlecht wow auf einmal wird es so extrem dunkel und hier flüstert auch jemand hm so für den Ripper Kapazität könnte ich etwas hoch machen die Dauer hm was könnte ich eigentlich noch machen die Laser Kanone ne zu teuer die Strahlenkanone könnte ich mit 2 den Schaden erhöhen habe ich aber auch keinen Bock Rick habe ich volles Leben aber hol mir einfach noch ein bisschen Luft da habe ich nicht immer so viel Stress das so und shop und dort kaufen wir mal uns ein bisschen Money manchmal den Halbleiter verkaufen jo jetzt habe ich Geld hey Ripper Kling habe ich doch so viel ich dachte man kann davon 12 drin haben jo der Ripper ist teuer egal ich schau mal überhaupt was ich noch brauche Leben Leben Strahlmunition und Fehl für euch mein Leben Leben ist wichtig ich nehme ein paar große ich glaube 2 und 1 2 dann noch ein mittleres Teil kleine dann bräuchte noch hm hm was will ich starten fertig so muss ich eigentlich hier ran nö aber ich schau trotzdem rein hallo was hier bringt es sich jetzt selber um hier spricht wir haben alle Schattel verloren 1 das gerade gestartet kam direkt wieder zurück und krachte in den Hangar es hat aber ein paar hundert Leute getötet und alle verbliebenen Schattel zerstört wenn jemand das hier hören kann dann landen sie nicht hier nicht hier landen ähm ups danke für die frühe Info hier ist auf jeden Fall sehr früh da und credit aber wir kennen ja hier ein paar Monster drin hängt so ein Viech das ist ein so ein Umwandlungsviech beziehungsweise 2 jup wie hieß hab ich für Impulsgewehr hm hier ist kühl ah medipack klein sehr schön wippercling sehr schön wippercling das brauche ich hier so und 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 hallo bist du das verdammt lauter wie hier mann 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 sterbt einfach ich habe euch mini spinnen alle alle schatz wo ist mein schatz wieso kann die nicht einmal auf sich selber aufpassen so und ja erst seit laut und jetzt als kann ich hier rein ich mag den planet irgendwie nicht ich mag den wirklich überhaupt nicht schließt mechanismus offline ok na gut aha und schließen jetzt bin ich ja eingesperrt ich bin schon dumm ja 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 hat noch nicht ok ich habe angst irgendwie ja ja scheiße ähm du hast was sein lassen das wissen es wird es auch immer war Energie, da gibt's Days, brauche ich aber nicht, will ich nicht. Okay. Hä? Oh, kommt schon. Schön. Hallo. So, wahrscheinlich kommt man hin vielleicht auch noch mal ein. Ach, da hinten. Eigentlich wollte ich für dich hier. Oh. Und für dich da oben vielleicht auch. Oh. Hallo, schießt. Oh, schnell. Ah, 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 ah. So, und du, jetzt bitte auch noch. Hinter mir ist auch noch etwas. Hallo. So, ich höre mal jetzt mal etwas leben. Verdammt, es ist ein langer Kampf. So, bitte stirb einfach. So, bitte stirb einfach. Bitte, 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 war's das? Nee. Was warte ich denn? Aha. Okay. Zieh, zieh, nehme ich auf die Füße, damit er nicht so schnell hinfängen kann. Und damit er hinfliegt. Und dann sind die etwas länger kaputt. Kommt noch mehr? Oh. Kommt noch mehr? Es ist auf jeden Fall noch irgendwo mehr da. Ah, ich mag keine Quarantäne. Kann ich, ich, wohin muss ich überhaupt damit? Nein. Wahrscheinlich genau. Äh. So. Ich muss euch mal schauen, wohin ich muss. Wahrscheinlich hier lang, oder? Ja. Okay. Dann komm her. Oh. 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 So. Kommt noch mehr? Monster? Okay. Hallo. Dies hat dich eigentlich gefragt. Ich will nicht in dieser Ecke sein. Aber anfangs bleibt mir gerade nichts anderes übrig. okay der war nur zwei zum glück wer schreibt ja nicht so viel zeug sind wert so viel zeit was war ich eigentlich wir sehen hier ist ihnen und spiel und sind mir nicht antworten eigentlich würde ich sagen zum speichern aber ich glaube das spiel lässt mich nicht so schnell zu speichern so ach dort hinten weg 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 so ich habe einfach ja ich habe alle wellen bis sie endlich vielleicht kann ich danach speichern endlich 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 jetzt gar nicht wie sehr ich antenne hatte einfach heilen wie viel heilung habe ich überhaupt noch auch ich habe noch ein großes das heißt ich hatte gerade ein großes verwendet ganz danke werde ich aber erstmal schießt eine bombe dorthin weil ich glaube die bombe macht etwas mehr schaden seid ihr sind die zwei fücher tot das eine ist hoch und tot nein das eine da jetzt seid ihr tot medipack medipack wohin muss ich eigentlich muss schon da rein oh da ist ein shop heißt es auch hier kann irgendwo speichern und was flattet das so rum egal ich bin fast da medipack mittel mittel und dann hab jetzt ein paar mittel ich würde in halbleite gold verkaufen und das reicht erst mal dorthin gibt's days bitte aber ich würde sagen was da drin ist sehen wir im nächsten part auch wenn ich nicht sprechen kann wir werden es trotzdem erst im nächsten part sehen und ich hoffe er schaut da auch wieder rein denn wir sind bald am ende bald ist der hoch vorbei bald also hoffe ich mal ist ja ein blind let's play falls es noch niemand aufgefallen ist ich kann hier bei nichts rück hoch lassen ich hole das mal kurz her dann schaue ich mal ich kann mich nicht ... ... ... ... Also dann, Tschüss!